Musik 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 safe travel das ist unser thema heute und damit ganz herzlich willkommen in brandenburg mein name ist patrick castner ja weite frische luft und abstand sie haben ja seit geraumer zeit eine ganz neue und sehr wertvolle bedeutung bekommen und in brandenburg gibt es davon jede menge so auch im ruppiner seen land das unzählige aktivitäten auf dem wasser und an land bietet hier geht es jetzt um hausboot urlaub und ausflüge mit huskies mit richtigen echten quick lebendigen schlitten runden bei mit und ohne schnee bei diesen touren mit den schlittenhunden ist man einfach auch wirklich mit den tieren in der natur man hat freude an den tier man hat freude an der natur und man kann vor allen dingen richtig abschalten links rechts geradeaus die gäste sollen einfach selbstständig lernen bei uns gespannt zu führen wir leiten das zwar an wir gucken auch mit hin aber letztendlich soll sie ihre eigene erfahrung mit ihrem schlittenhunde team bei uns sammeln und mit den hunden selbst umgehen so dass die gäste ganz dicht an die hunde rankommen dass sie sie anfassen können dass sie die geschirre selbst anlegen dass man wirklich sein eigenes team steuert dass man das führt das spürt man relativ schnell dass die hunde auf einen reagieren und das macht es glaube ich aus dass man spürt dass die hunde einen wahrnehmen dass sie auf die kommandos hören dass man wirklich zum schlittenhunde team mit dazu gehört und dass man nicht gegen krempförter ist der durch den wald geschliffen wird wir schalten jetzt zu ita olai vom tourismusverband rupina seenland ita du hast selber auch schon mal eine solche husky tour mitgemacht wie war das ja ich hatte tatsächlich das glück schon mal bei so einer hundeschlittenfahrt teilnehmen zu dürfen das war letzten herbst gewesen und für mich war das ein unheimlich spannendes abenteuer selbst alleine einen schlitten mit vier dieser quick lebendigen aber gleichzeitig auch unglaublich gutmütigen energiebündel zu lenken war wirklich total spannend ja bei meinem kurs waren es vier teilnehmerinnen gewesen die dabei waren elmar einer der beiden betreiber hat uns zuerst auf dem großen hof die husky vorgestellt die damals noch im gehege waren zu dem zeitpunkt und hat uns ein bisschen mehr über die charaktere der einzelnen tiere erzählt und auch über die persönlichkeiten im rudel es auch sehr spannend das mal zu hören wie sich so ein rudel formiert und wie ein tier als chef von den anderen akzeptiert wird übrigens in frankendorf im rupina seenland ist dieses tier eine chefin nachdem wir mehr über die tiere erfahren haben mussten wir uns dann natürlich auch mit dem technischen gerät sprich mit dem schlitten vertraut machen und elmar hat uns erklärt wie das mit dem lenken und den bremsen funktioniert wie das mit den kommandos klappt und auch wie man die feststellbremse betätigt denn wenn man mal kurz vom schlitten absteigen möchte geballte power von vier hunden da reicht die einfache bremse nicht aus dann muss man den schlitten schon richtig gut sichern ja und dann bei der ersten pause heißt schlitten feststellen und den tieren erst mal ein bisschen wasser geben dass wir auch an bord mit eingepackt hatten und dann haben die tiere sich auch schon ein klein wenig ausgetobt und man kann die ersten streicheleinheiten zusammen mit dem lob für die bisherige fahrt verteilen mehr zeit für lob gibt es dann natürlich am ende der fahrt und für streicheleinheiten und auch für fotos und erinnerungsbilder und man durfte sich am schluss auch noch ein bild aussuchen aus einer auswahl vom lieblingshund mein lieblingshund in meinem gespann das war bente das tier das meiner meinung nach die meiste arbeit gemacht hat um mich hier durch die landschaft zu ziehen und bente hängt seitdem auch über meinen schreibtisch im büro da das ist wirklich sehr beeindruckend und das rubiner sehenland ist ja auch ein richtiges wasserparadies oder ja patrick das können wir tatsächlich von uns behaupten wir haben das große glück dass wir nicht nur wunderbare sehen haben zum baden und für andere wassersportaktivitäten sondern die meisten von diesen sehen die sind auch noch durch flüsse oder kanäle miteinander verbunden und das bedeutet dass unsere gäste bei uns zum beispiel mit dem kanu fast das ganze rubiner sehenland auch vom wasser aus erkunden können aber unsere gäste können auch direkt auf dem wasserquartier beziehen sie können ein boot mieten dass für die nächsten tage oder wochen ihr schwimmendes zuhause ist denn urlaub auf so einem hausboot ist natürlich gerade für familien ein ganz besonderes erlebnis ein erlebnis das auch eine familie richtig zusammenschweißt denn bei schleusen manövern oder bei anlege manövern da sind alle hände gefragt da ist wirklich teamwork auf dem plan auf der anderen seite heißt natürlich auch alles kann nichts muss ganz entspannt natürlich im urlaub man kann zum beispiel stationen machen beim ziegeleipark mildenberg einem bedeutenden industriekultur denkmal im rubiner sehenland wo es aber auch ganz viele abenteuer und spielmöglichkeiten für kinder gibt man kann weiter die havel nach norden fahren und kommt an den stolpsee und nach himmelpfort zum beispiel zum weihnachtshaus das ist der ort wo der weihnachtsmann im dezember die briefe der kinder beantwortet auch ganz eine sehenswerte attraktion hier bei uns im rubiner sehenland einer unserer anbieter peter schmidt von der botschaft in zedelnick hat uns ein video zur verfügung gestellt wir nehmen euch jetzt mit auf die reise von zedelnick aus die havel nach norden und ich sage jetzt leinen los und auf geht die fahrt durch die brandenburgische seenplatte und ich sage jetzt leinen los und auf die reise von zedelnick aus die havel nach norden und ich sage jetzt leinen los und auf die reise von zedelnick aus die havel nach norden und ich sage jetzt leinen los und auf die reise von zedelnick aus die havel nach norden dankeschön ita ole vom tourismusverband tropiner sehenland und übrigens in brandenburg ist jetzt die initiative gastfreundschaft mit verantwortung gestartet brandenburgs tourismusbranche bereitet sich auf die zeit vor in der das reisen wieder möglich ist weitere infos dazu findet ihr unter www.gastfreundschaft-verantwortung.de und das war es auch schon wieder für heute danke für euer interesse und bis bald www.gastfreundschaft-verantwortung.de 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 Vielen Dank.